Herzlich Willkommen zu einem Video von kreativekiste.de Heute soll es um die Flankenauswertung gehen. Flankenauswertung heißt eigentlich genau, wir schauen wann ein Flankenwechsel, also der Zustand von ein nach aus oder von aus nach ein, stattgefunden hat. Das Ganze möchte ich jetzt am Beispiel von einem Taster machen, der eben gedrückt wird. Es können natürlich auch Funktionen der Logo ausgewertet werden. Diese können ja genauso ein- und ausgeschaltet werden. Doch ich möchte mal bei dem Taster bleiben. Wenn wir uns einen ganz einfachen Stromkreis vorstellen, dann bedeutet Flankenwechsel nichts anderes wie, ich drücke diesen Taster und lasse ihn dann los. Auf dem Schaubild sieht es dann so aus, dass der Stromkreis geschlossen und dann wieder geöffnet wird. Immer wenn also der Zustand von ein nach aus oder von aus nach ein wechselt, haben wir einen Wechsel der Flanke. Diesen gibt es, wie ich bereits gesagt habe, auf zwei Arten. Das eine ist die sogenannte steigende Flanke. Hier verwenden wir den Zustand von aus nach ein. Und es gibt die sogenannte fallende Flanke. Hier verwenden wir den Zustand von ein nach aus. Das Ganze schauen wir uns noch in der Grafik an. Das sieht dann so aus. Zuerst möchte ich die steigende Flanke betrachten. Das heißt also, wenn der Taster aus war und dann gedrückt wird, gibt es einen kurzen Impuls. Egal wie lang der Taster gedrückt wird. Und erst wenn ich den Taster dann aus hatte und dann wieder drücke, erst dann gibt es erneut einen kurzen Impuls. Das gleiche für die fallende Flanke. Wenn der Zustand ein war und erst dann, wenn der Taste erneut losgelassen wird, erst dann gibt es einen weiteren Impuls. Das heißt, bei jedem Wechsel von ein nach aus oder von aus nach ein, gibt es einen kurzen Impuls. Unsere steigende Flanke nennen wir in Logo End Flanke und unsere fallende Flanke nennen wir in der Logo Nand Flanke. In Logo Soft Comfort haben wir den großen Vorteil, dass wir nicht nur einen Eingang haben, sondern eben mehrere. Wenn wir mehrere Eingänge verwenden, dann müssen eben alle vier Eingänge oder je nachdem, wie viel wir eben verwenden, den Zustand ein haben, bevor ein Signal weitergegeben wird. Bei der Nand Flanke ist es genau andersrum. Da müssen eben alle Eingänge den Zustand gewechselt haben, bevor wir auch hier wieder ein Signal weitergeben. Um das deutlich zu machen, habe ich diese kleine Schaltung vorbereitet, einen kleinen Zähler. Wenn ich jetzt auf 7 hochzähle und mein I1 drücke, dann sieht man, dass Resetted ist. Und jetzt kann ich, obwohl mein I1 gedrückt ist, weiter hochzählen. Egal, wie lange ich den I1 drücke, Resetted wird eben nur einmal in dem Moment, wo eben der Flankenwechsel stattfindet. Das gleiche mit I2, nur dass ich hier eben drücke und erst, wenn der Wechsel von ein nach aus stattfindet, wird Resetted. Ich finde, am Beispiel von dem Zähler sieht man das recht gut, denn würde dauerhaft der Reset 1 sein, könnte ich ja nicht zählen. Und erst, wenn eben der Flankenwechsel einmal über aus ging, kann ich resetten, beziehungsweise bei der fallenden Flanke, erst, wenn einmal ein war und dann der Wechsel von ein nach aus stattfindet, gibt es eben ein Impuls. An einem weiteren Beispiel sieht man das sehr schön, nämlich, wenn man ein Selbsthalterrelais anschließt, auch wenn ich mein I1 jetzt gedrückt halte, dann sieht man, dass das Selbsthalterrelais erst einschaltet, wenn der Wechsel eben von ein nach aus und wieder von ein nach aus stattfindet. Das gleiche dann eben wieder bei der fallenden Flanke. Das Selbsthalterrelais geht erst an, wenn der Wechsel von ein nach aus stattfindet und egal, was bei S anliegt, erst, wenn der Wechsel eben wieder von ein nach aus stattfindet, ist mein Selbsthalterrelais wieder ein. wie der Wechsel ist immerhin! Das all ist nicht so gut, wie der Wechsel ist. Ichibf Schuss, wenn man, ist es eben so gut, Das ist eben so gut, Die Wechsel,